Jaja weiter geht's weiter geht's in Piet Schlosgarten ich muss hier grad was gucken das war das live, ok, kommt das live DS Piet Schlosgarten mit Bowser Junior haha und mit dem Mochburg Manuel los geht's na gut so ja nach rechts zu fahren wäre jetzt nicht so schlau macht er auch noch ich hab das erst gedacht weil es machen ja viele in mkw den Shortcut gezogen das wird schwer ah je jetzt ne das wird nix also wenn ich jetzt jetzt müsste ich gleich wieder abbrechen aber erst noch nicht oh gut gezogen muss man sagen er ist eng durch die Kurve gegangen ein bisschen was aufgeholt um einen Fehler da halte ich noch so häufig Fehler ich bin auch ewig lang gerade gefahren jetzt hier nach rechts ein bisschen mehr wie die ziehen und jetzt wieder wie die ziehen eine Sekunde ok das ist aufholbar man sieht schon wie weit der Vorsprung ist ok der macht kleine Fehler man sieht es schon fährt auch ein bisschen umständlich so wir fahren einfach hier durch durch die Bank und da haben wir die Führung geholt sehr gut so ach langsamer geworden muss komm wie fahrt die so umständlich verstehe ich gar nicht naja egal soll er seine Sache sein ok wir haben zwei Sekunden aufgeholt zwei Sekunden das heißt wir konnten auf drei Sekunden erweitern also insgesamt drei Sekunden Vorsprung weil wenn ich vorne fahrt bin ich eigentlich immer sicherer also passieren mir eigentlich wenige Fehler aber hat man bei Daisy's Pistik gesehen wie ich mich angestellt habe ooooh da ist ein fetter Barock ne oh 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 und jetzt kommt das ist die gefährliche Stelle gemeistert natürlich jetzt noch einmal kommt und jetzt hier durch sehr schön wie die ziehen wie ziehen und weg durch die Ziel ich würde schon das eine Wort sagen aber perfekt durch Ziel geschafft Leute ja 45 Sekunden das ist gut Stamme drei Sekunden sind geschafft wir waren mal besser 2 14 naja naja das ist man kann ja nicht im Leben immer überall besser sein das ist halt so oh geisterte ooooh ooooh mit Torpett ach du scheiße was hat der über die Idee ausgedacht oh mein Gott ich kotze gleich kann ich kotzen gehen bäh he 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 so ok machen wir mal mit Torpett zack zack und los ok das geht eigentlich boah ist das schwer zu spielen junge ne das geht ja gar nicht das kannst du gar nicht den Shortcut anwenden nächstes Rennen hab ich verloren alter wie dumm ich eigentlich bin ne den Shortcut zu probieren ob ich ihn noch nie ausgeführt habe naja machen wir Schallgeistrand so und dann mit dem Teil und mit dem Knochen tocken das müsste ach ne Schallgeistrand vergiss es ich hab ja auch nicht das ist mal ne Haarstrecke oh man warum gibt's solche Strecken ich hab mal noch startverkackt ei 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 das 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 wird lustig das wird lustig aber da kann ich auch gut aufholen ok ja so sehr gut haben wir gut aufgeholt so so zack zack schön hüpft und ja jetzt hier durch sehr schön ah man 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 und jetzt hier durch ja Scheigerstand ne was will ich denn da erreichen mein Evo ach ach so ja genau fliegt doch genau in meine Richtung nochmal die Richtung ist eigentlich relativ egal wo ich war so ja so jetzt hier hier durch hab ich jetzt noch mehr Sekunden jetzt geschafft oder jetzt mal sehen so und jetzt ne schau ich nicht im Leben ich hab es auf eine auf drei Sekunden geschafft ne Scheigerstand jetzt müssen wir nochmal Scheigerstand und dann fühle ich mich verarscht ok das müsste möglich sein mit joshi und dem teil viel spaß ich so eine Herausforderung 2 1 so komm okay das sieht gut aus als ich glaub so weil ich im 8000er oh ich dachte das ist runtergefallen weil er so im 8000er bereich denke ich mal er ist gut also ich werde jetzt nur noch oh oh doch nicht so gut ich so zack wenn er geht und jetzt hier und dann der Schock so dann kann er natürlich nicht hin oder oh 4 Sekunden das ist sehr gut ist machbar und jetzt auf 8 Sekunden weitere ist er sich sicher so geht hier hab ich einen guten Vorteil kann ich mir ein paar kleine Fehler erlauben was ich aber nicht will weil ich aber auch nicht versuche weil warum bin ich so dumm ja dumm oder so zack so jetzt sieht auch wie ich meine Linie ist immer so ne nicht mehr treuen kann ich bin ja auch fleißig am FC Enden immer also wenn ich immer aufnehme dann mach ich immer die Enden weil sonst fahr ich ja nie also so ziemlich also ich hätte immer die Leute wenn joa ne und ja irgendwann ist auch die FC Liste auch voll da wird eh nicht mehr möglich sein dass die Leute enden kann tjaja oh der hat umlauf geholt sehe ich gerade äh boah das war knapp das sind nur jetzt wieviel Sekunden immer noch 4 ah je das ist nicht gut naja ich glaube das ist eine Pilze jetzt gebraucht hab noch einen das heißt es müsste noch möglich sein dein Sieg zu sein aber gucken mal mit zwei Minuten da braucht ja nicht drei Minuten oder ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung wie er mehr gebraucht hat das war ja auch geil nein oh ins Upload gerandert scheiße kostet mir ungefähr 0,2 Sekunden so 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 zack dann ist hier noch eine Rechtskurve im Moment schon mit dem aufgenommen kann jetzt nicht gucken ah Mist kein Trick 2 so 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 jetzt so perfekt durchziehen yeah oh man erste Runde war aber die beste Runde die dritte war die zweitbeste und die zweite Runde war die schlechteste 2,42 ich hab 2,37 geschafft nicht schlecht nicht schlecht der Specht so runterlande Blätterwald oh mit Daisy müsste möglich sein wie siehts da aus Guck mir mal Guck mir mal 3 3 2 1 go oh ich hätte rechts den Weg nehmen können Nato ich hab mal der benutzt jetzt nicht den Glitch aber ich vermute nicht so mega so den Glitch kann weil der Glitch ist schwer meiner Meinung nach aber wie manche Leute auch dort drauf kommen ne wie kurios hier der Glitch zu machen ist ey das ist schon auf eine Art krass ja muss man sagen und jetzt ey was soll lot so jetzt wie fährt der rechts rum nein ah scheiße ja ich hab aber noch 3 Pilze das heißt ich kann auch gut aufholen so ah ok der Sieg ist wen denk ich mal so oder wie siehts denn aus zack ah nein ah scheiße oder aufgeholt sehr gut so solls sein so komm ja Esteban ne wie ich auf Esteban treffe ey früher immer so oft gegen Esteban und es waren immer verschiedene alles von dem Mika genau kann auch sein dass er immer die gleichen ihr wisst schon so komm jetzt rechts außen jawoll sehr schön durch die Bank sehr gut kein Heel Turn kein Face Turn soll so komm ja ein wunderschönes hey nein scheiße ich fass es nicht ich fass es nicht ich fass es nicht wie kann das passieren ah ah würde das jetzt die letzte Folge sein da ich jetzt aufnehme also drei Folgen nicht mal reichen auch und dann gehts weiter oh mein oh mein Gott ey I can't believe oder ich mach so lange bis ich verloren habe ja genau mal nur so lange und dann gucken wir auch noch ob wir fahren noch mehr Rennen machen um halt sozusagen die Folge zu füllen aber so lange bis ich die Niederlage habe mal mit so was soll da gehts so oh oh staubtrockener Ruin das ist so gut wie ein sicherer Sieg für mich I seriously oh Wallglitch zum ersten Mal richtig gut ausgeführt und zum ersten Mal richtig gut sehr gut oder war es zum ersten Mal ich weiß es gar nicht so oft habe ich auch gar nicht ausgeführt so zack ich kann mir auch gerne Tipps geben weil ich am besten machen könnte oder wie ich am besten fahren sollte falls ich irgendwie ein bisschen falsch war oder da kann aber so oder so das ist ein bisschen besser weil ich kann ja immer was dazu lernen ne das heißt er nicht nur weil ich jetzt hier äh jetzt professioneller Let's Player bin natürlich ne aber ähm sowas in Art bin ne halt ein Hobby Let's Player he 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 ja und ja so und jetzt kommt nochmal ne jetzt klappt der nicht oh scheiße what the fuck wo bin ich denn aufbekommen naja noch ist das Rennen ja nicht verloren noch haben wir Zeit wenn wir wenn wir halt verlieren wie es jetzt passiert ist ok das zählt noch nicht das ist ein bisschen zu früh Coach wir kennen geht anf